Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Immer noch vom gleichen Zockerabend, von dem ich euch das letzte Mal schon berichtet habe, also ich glaube gestern berichtet habe, als wir uns auch diesen Speer-Durchlauf angeschaut haben. Builds findet ihr, wie schon erwähnt, in den letzten Folgen, sage ich mal, oder einfach bei den Aether Striker Builds, beziehungsweise bei den Speer-Builds vorbeischauen. Genauso sieht es auch hier aus. Hier seht ihr dann, sage ich mal, so ein Lichtspeer, das Rizakiri-Sperer-Bild. Und noch dazu, ach du Gott, jetzt habe ich das Heft weggemacht, wo ich mal meine Notizen reingeschrieben habe. Das ist auch sehr clever. Ja, zu dem Bild muss man sagen, am Schluss ist das vielleicht ein bisschen undurchsichtig, beziehungsweise bevor mir jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ja, das kann man ja auch so und so spielen, das ist ja super lahm, dein Bild hier, so wie du es spielst. Ja, das mag alles sein. Wir spielen ja hier viel mit Shrike-Laterne. Man kann natürlich ein bisschen umbauen, und zwar, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ihr habt natürlich im Speer die Dreigerissenheit drin. In meinem Fall, jetzt hier, belasse ich es bei der Dreigerissenheit, baue mir aber noch Disziplin mit Plus 6 dabei, so komme ich auf 18% Krit-Chance, ist absolut in Ordnung. Ich habe also auch die Chance, dass mein Wunschschaden, sage ich mal, mit 18%iger Wahrscheinlichkeit kritet, ist absolut in Ordnung. Ihr könntet natürlich auch Gerissenheit Plus 6 spielen. Ich muss dazu sagen, ihr habt zwei Technikzellen in diesem Bild frei. Dort habe ich jetzt Grausamkeit reingesetzt und habe gedacht, okay, wenn ich dann durchverwundet habe, dann kann ich halt mit erhöhten Teilschaden machen. Aber das Bild ist wirklich in alle Varianten, sage ich mal, umbaubar. Ihr könnt Plus 6 wilde Raserei mitnehmen. Also was habe ich jetzt gesagt? Ich habe Gerissenheit mit drin. Äh, Quatsch, äh, Grausamkeit. Grausamkeit habe ich mit drin, den erhöhten Teilschaden. Ihr seht es ja nachher am Schluss. Man könnte Plus 6 Gerissenheit mitnehmen, Plus 3 habt ihr ja schließlich in der Waffe, Plus 3 wilde Raserei zum Beispiel noch mitnehmen. Oder ihr könntet Grausamkeit 3 mitnehmen, äh, Gerissenheit 3 mitnehmen. Oder ihr könntet Grausamkeit 3 mitnehmen und ähm, Wilde Raserei 3. Also da seid ihr komplett offen. Ihr könntet auch Wilde Raserei 6 spielen. Wenn ihr sagt, nein, ich will nicht den mehr Teilschaden machen, ich möchte eigentlich einfach nur schneller sein. Ich möchte schneller zupiksen können, weil bei meiner Gruppe sind nicht so viele Spieler mit Schweigslatan dabei, sodass der Geschwindigkeitsnachteil aufgehoben wird. Also ihr seht es an den Technikzellen, genauso wie eigentlich an einer Kraftzelle, könnt ihr ein bisschen rumarbeiten, wenn ihr sagt, nein, ich will noch weniger Kritten in meinem Bild drin haben, also Plus 6 Disziplin brauche ich nicht. Ich will nur Plus 3 Disziplin, dann könnt ihr auch noch eine Kraftzelle einbauen. Also da seid ihr so ein bisschen offen, sage ich mal, an der Stelle, was ihr dort ins Bild reinsetzt. Aber ansonsten, oder so wie ich es hier gespielt habe, finde ich das Bild eigentlich absolut optimal. Und wie ich schon gesagt habe, ihr könnt dann einfach ein bisschen umstellen, ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit gehen. Ihr könntet auch rein theoretisch, ist zwar nicht zwingend notwendig, auch Plus 6 Dornen reinsetzen oder Plus 3 Dornen und Plus 3 Säure. Dann würdet ihr noch stärker verwunden, wenn jetzt kein zweiter Speerspieler dabei wäre oder, oder, oder. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe mich, wie schon jetzt tausendmal erwähnt, halt für die Grausamkeit-Variante hier entschieden. Und je nach Gruppensituation ist es dann halt unterschiedlich spielbar. Ja, hier kommen wir natürlich dann jetzt gegen Shroud. Gehe ich mal ein bisschen auf den Part ein. Da seht ihr, wie wir den eigentlich auseinanderholen. Wie der, sage ich mal, durchverwundet ist. Es ist absolut amok. Auch hier dann wieder schön, sage ich mal, die Unterbrechung. Und dann können wir ihm hier geben. Die Distanz habe ich hier gerade noch so gefunden. Das war wirklich der letzte Millimeter mit meinem Speer praktisch. Dann hier schön auf dem Kopf. Ich glaube, da haben wir ihn dann auch verwundet. Und jetzt ist er, glaube ich, komplett durchverwundet. Und jetzt muss man nur noch gucken, dass der Teilschaden irgendwie sitzt. Ich denke, in der nächsten Kombo wird das sein, wenn er jetzt angeflogen kommt. Oder wenn wir ihn irgendwo zum, ja, zum Stehen bekommen. Zum Beispiel hier. Und da seht ihr das schon. Da zerfetzt den volle Kanonen. Jetzt gehen wir schön hier aufs Bein. Und das meine ich halt. Jetzt ist meine Grausamkeit halt auch mit am Start. Und ich mache halt die 100% mehr Schaden auf die Teile, auf die verwundeten Teile. Und dementsprechend holen wir den dann halt hier auch auseinander, weil ich da aber nicht mithelfen kann. Hätte ich jetzt ein reines Verwundungsbild, wäre es halt nicht so geil möglich. Mit einem Geschwindigkeitsbild wäre es möglich. Aber ich würde auch mehr normalen Schaden letzten Endes machen, weil ich nicht mehr überproportional mehr Teilschaden mache. Versteht ihr, wie ich meine? Also würden vielleicht weniger Teile brechen. Dafür würde ich, er wird genauso schnell eventuell umfallen. Es würden aber weniger Teile brechen. Und das wollen wir ja letzten Endes auch nicht. Deswegen habe ich mich hier für die Grausamkeitsvariante entschieden, weil ich halt eben wusste, dass es in dieser Truppe hier super funktionieren wird. Ja, bin ich mal gespannt auf eure, wie ihr so die Builds findet, ob ihr sie so spielt. Aber ich kann es nur so empfehlen. Ich habe hier chirurgische Präzision, seht ihr ja, relativ spät bekommen. Ich habe nur ein 24er Stack. Also nur 48% mehr Damage. Ja, und hier auch die Unterbrechung hat nicht gut funktioniert. Ah ja, ich kann mich an den Run erinnern. Ja, das war, oh je. Hat ein bisschen schlecht hier begonnen. Da dachte ich schon auch, jetzt mache ich eine Aufnahme und dann kriegen wir die Unterbrechung hier nicht geregelt. Was ist denn da los, Jungs? Ja, aber man sieht auch schön vom Schaden, denke ich mal, oder ich denke, dass man es gesehen hat, beziehungsweise wie schnell das hier lief, dass das Bild auch super funktioniert. Und wie ich schon, glaube ich, im letzten Part dann angekündigt habe, oh, ich habe mal gedodged. Wahnsinn. Da ist der Wahnsinn auch schon wieder vorbei. Ja, werde ich dann jetzt auch ein bisschen mehr andere Waffen zeigen. Ich bin auf die Kettenklingen mal super gespannt. Auch das Axtbild soll relativ stark sein. Da werde ich ein paar Stück dazu zeigen. Auch generell mal die neuen Waffen zeigen. Da habe ich ja noch gar nichts dazu gemacht. Neue Waffen, neue Rüstung. Und da wird sicherlich jetzt die nächsten Tage auch was kommen. Ja, jetzt müsst ihr ihn eigentlich gleich jeden Moment zerreißen, weil der ist komplett durchverwundet. Hat schon ordentlich Teilschaden gefressen. Und da liegt er auch schon. Und wenn wir es jetzt gut machen, zerlegen wir den jetzt komplett. Ihr seht, dass er kommt schön Lichtschaden durch. Das haut den natürlich richtig schön zu Brei. Ja, und jetzt wird es ihn wahrscheinlich zerroppen, nehme ich an. Ja, er zerroppt mich noch einmal. Aber man sieht ja, ja, hier an der Stelle haben wir ihn dann geholt. Genau, da kann ich mich dran erinnern. Da bin ich dann High Risk einfach rein. Wunderschön. War wirklich ein schöner Abend mit den Jungs. Hat richtig Spaß gemacht. Ihr seht es ja, wir haben die Waffen ein bisschen durchgewechselt. Im letzten Part, weiß ich schon gar nicht mehr, waren wir glaube ich mit Speer und Fäusten. Quatsch, mit Fäusten und was Schwert drin. Und jetzt waren es halt Kettenklingen und Hammer, glaube ich. Man muss dazu sagen, Bazzi sagte mir dann, ja, Hammer, das funktioniert nicht so gut. Tracks, Hammer ist irgendwie nervig. Da hat er dann wieder gewechselt. Das heißt, er hat schon mir signalisiert, dass das nicht so gut lief in dieser Runde mit dem Hammer. Und ja, wäre vielleicht noch ein besseres Ergebnis möglich gewesen, wenn er denn mit Fäusten oder anders gespielt hätte. Ja, hier sehen wir es dann. Säule der Dämmerung, Grausamkeit, Disziplin, wie ich gesagt habe, wäre rein theoretisch austauschbar. Schattensicht mit Überwältigung, Eisgeburt hier drin, Torgadoro mit Disziplin wieder. Ja, und dann hier auch die nächste Technikzelle, die austauschbar ist. Und hier unten Katalysator habe ich gar nicht erwähnt, um am Anfang schön verwunden zu können und ein bisschen mehr Wundschaden zu machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Viel Spaß und haut rein. Ciao.